Weltkonzerne Wetterfogies Beziehung 2 mit mir, dem Terminats, dem guten Schwabbelwebel und den Marci, die natürlich nicht in meinem Team sind. So, da habt ihr jetzt eine halbe, eine halbe Anzeige vom Terminats. Ich hoffe, ihr seid damit zufrieden. Aber mehr als die Hälfte will man ja eh nicht hören. Das stimmt. Wieso klickst du nicht auf Aufnahme, wenn du vor die Runde beginnst? Ich tue die ersten vier Sekunden wegschneiden, weil die immer so komisch sind. Ja, dann... Dann mach halt doch mal vier Sekunden. Was soll ich denn wissen, dass du genau jetzt deine scheiß Anzeige machst? Als mal die Runde begonnen hat. Wum, 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 wum. Ich bin dir was gespürt. Schlimm. Ich weiß. Oh, poppala. So weit wollte ich, dass ich vor springen. Das ist Wasser gehüpft. Nein. Ich wollte schon... Ich dachte, hä? Also, ich bin mir relativ sicher, der Roller hatte ich jetzt nicht getötet. Doch, doch, das war eine Rolle. Das war eine Rolle aus Wasser. Aber es geht los, hier ist alles markiert. Ihr seht auch nur zu dritt. Habe ich von Anfang an gesagt. Die hört niemand zu. Nicht so wie ich, weiß ich, hör immer zu. Genau. Was dagegen? Egal, ich will jetzt für uns, Marcin. Das schaffen wir. Ja, das darfst. Ja, glaubst du mir nicht? So wirst du schon noch riechen. Okay. Ich habe nämlich in eure Base geschissen. Hast du wirklich? Ich werde dich durchkommen lassen. What the fuck? Da steht drei Lauf. So. Und deswegen will ich Rangkämpfe machen. Da bin ich nicht immer mit dem Handy sind. Hoppala. Da bin ich runtergefallen. Das wollte ich ehrlich gesagt nicht. Uh. Scheiße. Ich will zurück. Ich habe keinen... Wegen diesen komischen Dings-Shirt. Splatfest-Shirt habe ich keinen Tintenschutzteil mehr. Dass man in den Tinten reinlaufen kann. Ja, ich habe das Mario-Shirt an. Man kriegt ein Shirt. Man kriegt immer ein Shirt. Diese dumme Airbrush-MG, die tut weh. Ach, komm schon. Darf ich dann kein Shirt an? Und bist du nackt? Da wird wieder so eine scheiß Runde kommen. Ja, ich weiß nicht. Ich dachte, das ist ein Skriptonien-R anerkannt, dass man nackt durchlegen läuft. Au. Hallo. Hey, da kann ich einfach... Ich will nicht, bitte. Was hast du Angst, Gegner? Bist du das? Ja. Dann töte ich ihn. Tom. Ich habe Tom getötet. Ich bin Tom. Achso. Hallo, Tom. Ah, da hat er sich versteckt. Versteckt? Ja. Achso. Der eine ist links, der andere ist rechts. Ich bin blöderweise dem richten. Ja. Ist das schön? Glaube ich. Das gibt's nicht. Oh, Tom hat mich gepopst. Oh, das war auch verloren. Schade. Scheiß. Eine mega scheiß Runde. Ich fand sie ganz lustig. Wieso ist bei Marci jede Runde scheiße? Ja. Weiß ich nicht. Weil wir zu dritt waren und er halt... Ja, die Runde war scheiße. Marci sagte, wir sind zu dritt. Schau mal mal. War wirklich jemand? Schau mal. Ja, ihr seid zu dritt gespawnt. Oh, okay. Der ist rausgeswitcht, bevor die Runde angefangen hat. Hm. Okay. 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 Ja. Okay. Ja. Okay. Ja. Okay. Jetzt bin ich bei 5,5. Ganz am Anfang war ich bei 10 oder so. Ich bin bei 0,0. Und ich habe immer... Ich glaube, ich hatte überall mehr als 10 Kills. Und am meisten Punkte. Nein, nicht am meisten. Ich hatte nicht am meisten. Ich hatte viele. Ich finde es voll fies. Das wird total scheiße bewertet. Wie viele Punkte man mit einer Waffe hat. Ich war schon mal ein Hammerhai mit dem Pinsel. Wie soll ich denn meinen Internet-Pedis vergrößern, wenn ich durch andere Leute weniger Punkte habe? Das finde ich voll fies. So, nächste Runde gleich hier mehr. Alles klar. Muss ich auch nicht sagen. Ich bin pink. Ja, das sind halt die Moräentürme des Terminals. Nachlenk mich. Man braucht auch nicht irgendwie mit Freunden in einem Team sein. Das macht nämlich gar keinen Spaß. Das ist ja voll überbewertet. Ich meine, Marci ist gerade die ganze Zeit mit dir im Team. Und der hat auch keinen Spaß. Ich habe Spaß. Ja, ich habe Spaß. Ich glaube, Marci weiß nicht, was Spaß ist. Nein, wenn ich so scheiße spiele, dann muss ich mich auch manchmal... Das ist cool. Schon, der hat mich gekillt. Hab ich? Nee, ich bin zu Wasser gefallen. Das meine ich ja. Ich bin auf das Geländer und habe da einen Schritt zurück gemacht. Oh. Cool. Nein, Marci, lass das mit dir. Ach, komm schon. Boah, zum Glück hast du genauso behindert geschossen wie ich. Oh nein. Oh. Wo kommt der her? Ich war hier die ganze Zeit. Der schimmelte einfach in seinen Boden drum. Voll schlimm. Richtiger, richtiger... Schon wär mir nass. Ähm, nein, ähm, was will ich jetzt sagen? Mir fällt da witzig ein, egal. Ah, ah, check back! Oh. Oh, du hast auch Marci. Ich hasse das. Finde ich interessant. Deswegen habe ich ja zwei Jungs viel Schleichses. Ich will mehr Kiss. Ich will keine Kiss. Mehr Kiss! Oh, ich habe keinen Tintel mehr, das ist nicht gut. Das war echt schlecht. Okay, ich glaube, ich habe... ...bisher habe ich die Runde richtig hart verkackt. Ei, 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 ei. Auslange wir vielleicht noch gewinnen, kann ich wenigstens sagen, dass ich dann... Ich hoffe, es wird das System gespielt, oder so ein Scheiß. Ja, sagen wir das so. Scheiß Pinsel. Ich sollte nicht unbedingt in Pinsel reinhüpfen. Ist, glaube ich, nicht die beste Idee. Pinsel? Pinsel. Äh, nicht Pinsel. Ach, ein Pinsel! Ich wollte das Wörter gelernt. Ich bin stolz. Ich wollte nicht Pinsel sagen. Ich meinte... Okay, da kam drei von allen Seiten. Wir sind alle tot. Das war meine Granate, die sich gekillt hat. Keine Ahnung, aber er war zu dritt. Ich wusste nicht, in welche Richtung ich schießen soll. In die Richtung, wo ihr gerade zu zweit kam, wollte ich eigentlich abhauen. Ich dachte mir so, haha, der da oben kann ich nicht. Ich gehe jetzt einfach weg. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Bin ich auch. Weg bei mir, du scheiße. Leute, da sind schon wieder zwei. Ja, klar, wir sind überall. Was denkst du denn? Ja, alle sind tot. Dann wird eine gute Runde. Ein toter Terminas ist ein toter Terminas. Hauptsache, wer hat den killen bekommen? Scheiße. Oh Mann. Finde ich voll nett von deinen Teamkollegen, dass die alle halt einfach scheiße sind ja finde ich auch das soll man machen du darfst du dich seitlich bewegen ich versuche es ja nicht für treffe ich nicht jeder kill den ich mache ist halt pures glück weil ich wenn ich mich bewege nicht mehr ziehen kann und wenn ich mich nicht bewege kann ich mich kann ich auch nicht zählen also die tatsache jeder kurs verständlich so darf ich jetzt einmal mit meinen freunden spielen ist nicht alle glück der hatte null punkte aber hatte ja so er ist irgendwann anders gelieft der kranke ja ich bin gerade sauer ist doch behindert hast du nicht gewonnen ja ja das ist ja die scheiße nein das ist richtig speise die scheiße ist dass ich so scheiße spiegel ja du bist du mit mir im team bist du willst gut gut sein weil normalerweise meckerst du dass ich dich besiege was gar nicht stimmt du sagst immer dass ich dich verfolgen natürlich das sagst du wirklich wir können den aufnahmen nachschauen nein ich möchte jetzt nicht wie zocken jetzt und hätte ich möchte jetzt nicht auch da nächste runde ich muss kurz sagen dass ihr auf jeden fall bei schon oder marsi vorbeischauen solltet und oder weil ich hatte gerade das zwischenzeug raus und die reden so ein bullshit und ich mache mit also auf jeden fall reingucken bei denen die machen kein bullshit wir reden ganz normal ich will was hat irgendwie normales bullshit ist das ist doch egal was wir haben ja gell jetzt auf jeden Fall triggert mich nicht okay b b die map ist so scheiße groß gut hier schon mehr anstellt man doppelst du Cool. Friss meine Granate. Oh, das. Wo ist er? Keine Lust. Keine Hunger. Juh! Ah! Na, mit dem Einfernen. Oh, oh, nein, nein! Hier hat er sich überall. Alle sterben! Dieses Scheiß-Fahrzeug hat mich in der Granate reingeschoben. Diese Fahrzeuge sind aber auch böse. Oh, Mann. Hab ich so das Gefühl. Ich hab grad voll den tollen Doppelkill gemacht und dann sowas. Und dann kommt das Fahrzeug. Nein. Oh, Leute, da kommt sich schon wieder zu zweit. Oh, Mann. Nein, der rollt gut! Egal, Doppelkill. Das reicht mir. Wo ist noch der Map die Mitte? Da wo ihr gerade rumfallst, ne? Ich spring mal zu dir. Doch. Okay. Mach das doch. Na, ist einer schon mehr. Du schaffst es schon, ich glaube nicht. Ja, hab ich ja. Ist er. Ist er. Haben die in Afghanistan? Ne, es sieht uns anders aus. Keiner ist an uns vorbeigekommen. Ich bleib einfach mal hier hinten. Und wenn jemand vorbeikommt, kann ich rumschreien. Okay. Okay. Ich küsse bei ihr. Bei mir? Oh, der ist nicht weitergegangen. Also, okay. durch Sprenkler, Sprenkler, was ist das Sprenkler? Welche selber ist der? Das ist auch eine Sekundärwaffe. Eine Sekundär? Die es eben tut, ja. Ja. Aber, das war eine Doppelhandwaffe. Aber der Sprenkler ist normal nicht sowas. Nein, heißt das nicht, Sprinkler? Da wollte der von oben kommen. Mach's dir immer vor. Ich warte, wie gesagt, hier hinten, dass keiner durchkommt. Was? 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 Das Geld färben? Das Geld färben? Geld. Da kommt einer in die Mitte. Und jetzt nicht mehr? Es geht so weiter. Ich sage nicht an uns vorbei, komm. Ja, richtig. Ist das gut. Aber die können uns aus der Karte gucken, dass niemand irgendwie ein Teleporter hat. Da war nö. Ne, die können oben. Oh, was soll das? ein wahrer freund was ist das da oben hast du muss überlegen ich konnte warte ist alles gut ja ich lasse hier nicht durch wie gesagt ich warte ja einfach ich mache zwar jetzt gerade echt nicht viele punkte aber es kommt halt keiner durch die machen auch keine punkte ja wenn wir halt mal alle im team zu vernichten wir halt ja eben ihr könnt vorgehen einfärben wenn jemand stimmt kann er zu mir springen weil ich warte 66,6 perfekt so muss das 666 ist unsere schal neben der 88 natürlich das muss nicht sein er könnte auch rausgezogen überrannt haben was ist eigentlich mit der folge ich glaube schon keine ahnung ich habe noch ich bin bei 13 minuten einer geht noch weiß ich noch was ich habe echt noch mit euch machen wir sind soll man ran aufnehmen da machen wir das jetzt wir machen auch die runde aufnahme ende davon ist ja noch nichts auf youtube ohne twitch stream stimmt das wollten wir mal machen und revierkampf haben wir auch noch nicht gemacht wir machen die ganze zeit revierkampf dann kann es so ja das ist halt ja da bräuchten wir waren für den spieler wenn man kann es auch zu treiben wie alleine warum auch nicht als nächstes kommt erstmals blätt fest und so dann kampf würde ich dann auch irgendwann machen ich würde das vielleicht nicht chronologisch hochladen dass ich als erstes von der aufnahme ist dann hochladen wenn der was wird okay auch das ist ein chat pack guy das freut mich noch nicht weise scheiß bomb rush kacke ich wollte voll cool vorbei ah da hat's leihaketen leihnein schade leihnein leiten das gibt es nicht ja ich gesendet an dich ja danke die haben mich abgelenkt und in die arme von dem mongo geworfen war alles gepflegt ja ich weiß schon war auch nicht schlecht waren auch sicher keine random raketen die du einfach mal geschossen hast das kann gar nicht passieren was soll das weißt du wenn ich absolut keine panik hab dann töd ich halt einfach aber sonst was schlimm schlimm wow das ist nicht gut das ist so ein richtiger slippery fish so fuck you geht auch bruce lee von wegen der haut nicht rein der rennt weg dann ist das kein bruce dann ist das nur ein lee richtiger lee schmisch lee schmisch lee ja marcy ja ja der ist ja wie das ganz schöner wieder von hinten weißt du der ist ein ganz kleiner von hinten komma ja wenn du dich wenn du immer in die falsche richtung schaust ich habe marcy besiegen müssen sonst hätte ich mich gekillt und das geht ja gar nicht dann sofort um du machst du töd ich dich da nicht zu rächen weil ich mit meinem arsch so ne rieche dass du kommst weißt du ich räche marcy immer wenn marcy stirbt komme ich um ihn zu rächen weil marcy ist halt einfach du klebst halt immer von allen seiten weil wenn marcy stirbt kriege ich einen rache bonus weil dann werde ich super sauer weil niemand auch nein marcy da habe ich gerade keine lust drauf ich schon der kam aus dem nichts ich habe keine tim tim du der 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 das easy to bake a pretty cake genau wie war das wie geht das lied von lacy town ach egal ihr könnt ihr alle keine ahnung ich kenne nur den namen von der sendung und das ist total scheiße ist die ist doch nicht falsch oder nein komm schon da rauf es wäre doch nie der fall das soll es nicht erledigt sein das wahrscheinlich wieder marcy an der ecke ich fand marcy gut gelassen der arsch hat unsere base angenommen das ist mir damit sagen ich mag die musik irgendwie obwohl die ein bisschen eingerlich ist ach dich und haben wir jetzt noch genug eingenommen ne das haben wir verkackt wir hatten mehr der mitte mann mitten merken mittendrin hatten wir dann will ich aber sagen das war es mit der folge korrekt falls es euch gefallen hat wie gesagt guckt auf jeden fall schon entmaßlich vorbei weil zwischen den folgen wird ganz schön viel bullshit gelabert das ist immer gut das heißt Temjas raus bis dahin und tschüss bина bina bina Mmh.